Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft in der Minecraft-Welt ShadowForce. Ich bei euch haben wir 67, der U50 Silverstreamer und du bist ja erst mal der Schokoladeewin. Hallöchen. Hallöchen. So, was machen wir heute? U-Bahn weiter, dann packe ich die Schienen. Ja, Grubenbahn oder U-Bahn? Was denn jetzt? Äh, die U-Bahn. Ja, wollen wir mal gucken, wie weit wir jetzt am Spawnpunkt gekommen sind. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich gehe mal kurz mal runter. Ich stecke mich schon mal mit Schienen ein, dass ich da nicht mal platzieren kann, ja? Ja, das dauert. Wir müssen einfach Stollen bauen, Stollen... So, ich gucke jetzt mal kurz, wie weit wir gekommen sind. Wir haben hier eine mittelalterliche Stadt, so nach dem Motto, dann bauen wir hier eine U-Bahn. Okay, passt schon. Ist Steampunk. Genau, fehlen noch so kleine Süße, die immer in ihre Kreise drehen. Beim Lego, die kippen. Genau, hier brauchen wir noch ein paar Steine, was wir machen müssen. Machen wir wieder so zwei Stunden, ne? Schütte rein. Irgendwas haben Steinen hier mit. Ich habe noch 40 Stufen, die verbaue ich jetzt hier erstmal. Oh, das passt sich ganz gut. Soll ich auch Antriebsschienen mitnehmen? Ja, so ein paar. Boah, verkehrt gebaut. Geht schon wieder los. Kann man auch noch Schienen produzieren, werde ich das auch noch machen. Boah, Redstone-Fackel. Das habe ich oben genauso gemacht, okay? Jetzt machen wir eine Etage, eine Ecke nochmal mit. Oh, jetzt finde ich die gar nicht mal raus hier. Wo finde ich sie nicht raus? Habe ich schon gefunden. Warte. 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 Haben wir jetzt, äh, das sind sechs. Und nochmal drei. Und nochmal drei. Und nochmal drei. So. Ups, jetzt witzig im Magen. Ah, da stimmt was mit OBS nicht schon wieder. Haben wir gleich. Mal kurz gucken. So. Ist besser, ne? Ja. Ich weiß gar nicht warum. Aber gut, okay, lass mal so. So, mal gucken. Dann, 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 dann. So. Ne, heute nicht reden. Wollte so dunkel hier. Ah, ich mach mal hinten ein Lichter. Da, 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 da. Hammer. Halt. Und Endstation. Boah. Wir müssen mit dem Schmerz reden. Von ihm kommen immer diese bösen Buben aus der Ecke gerannt. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ja. Was soll das eigentlich schon wieder hier? Keine Ahnung. Was soll. Jetzt nehmen wir die Lore erstmal hier wieder weg. Hammer. Ich hör doch hier was krabbeln schon wieder. Das geht ja gar nicht. Ich sag jetzt ein Stein noch hier. Hellgrunder Stein. Geschisselt. Basalt, basalt. Haufen Steine, die man so nicht braucht. Das ist doof. Ich brauche auch gleich wieder abzudieren. Welche Steinchen soll ich denn anbrennen? Brennen muss das mal keine, glaube ich. Ein, drei. Immer drei, so. Oh, hier nochmal das ganze so? Drei. Eins, zwei. Drei. Habe ich noch ein paar von den Steinen? Habe ich sogar. Cool. Das kommt gerade so hin. Zack. Passt. Super. Eins, zwei, drei. So. Dies haben wir auch. Sieht gut aus. Dann komme ich jetzt erstmal wieder nach Hause. So. Schnell. Uh. Das. Da muss man hin. Hier geht es rein. Grüßt euch. So. Und jetzt hier rein. Tum, 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 tum. Oh, Schniefi ist da. Hellgrunder Stein. Da haben wir jetzt den hellgrünen Stein. Weiteraus haben wir das ganze geschüsselt, glaube ich, ne? Machen wir mal. Den dunklen hat man gehabt, genau. Hellgrüner Stein, soll ich den an welchen brennen noch, oder? Den kann man nicht brennen, hellgrünen Stein. Nein. Der ist einfach so. Den kann man aber schüsseln. So. Ich kann an Schienen platzieren. Ja. Ich glaube, wir bauen erstmal von unserem Zuhause weiter. Ich will nur die letzte Ecke da fertig machen. Hinsehuse. Oh Mann, ich komme gar nicht drüber hier. So. Ah. Da war Schoki. So. Da war Schoki. Ja, genau. Genau. Doch toll. Sieht aus wie eine Schokolade. Jo. Flup. Flup. Oh ne. Ich hab's ja mit dem Bauern. Das klappt irgendwie nicht. Flup. Scheiß. Da. 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 So. Das haben wir auch. So. Oh. Diese Ecke. Danach beginnt die Wildnis. Danach beginnt die Wildnis. Äh. Wo ist dunkel? Das reicht wieder eigentlich nicht. Ich kann aber hier ganz toll bauen, ey. Meine Güte. Hm. Wo stehst du denn cool, Mann? Ach, du bist hier in der Nähe. Okay. Du bist auf dem Torbogen, das ist auch dunkel. Ja. Ähm. Ich hab glaube ich noch. Genau. Ich hab noch welche. Welchen Abstand hab ich nicht gesetzt? Das sind vier. 1, 2, 3, 4. So. Und. Da müsste das sein, ne? Da müsste das sein, ne? Genau. So. Die Lichter denn so sind, weiß man, hier ist gleich Endstation. Finde ich gut. Finde ich sowas von gut. Ähm. Ähm. Ich mach erstmal nur zwölf. Zwölf könnte reichen, haben wir hier diese Ecke schon mal fertig. Ähm. Da sind sie. Oh. Schon einer Schreck gekrägt. Flupf. Zwölf sollten jetzt eigentlich reichen, oder? Eigentlich viel zu viel, aber ist egal. So. Ja. Sieht gut aus. Das gefällt mir schon mal. Ähm. Habe ich gebrannten Stein dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung. Ähm. Natürlich nicht. Gut. Dann. Geh wir mal nach Hause. Was denn? Ach. Ich hab dir grad nicht so wichtig. Ach so. Dann geht's ja. Ach. Es ist dunkel. Was? Wer guckt hier so rum? Da war wieder Schoki. Da, 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 da. Und jetzt noch Steine gebrennt hier? Ich glaube ja. Hat man gemacht. Hat man gemacht. Hat man gemacht. So. Mal das jetzt. Dem Steinkravers. Modernes, neutrales Dingsbumswerk. Genau. Ach. Es regnet. Ach. Dann gehe ich lieber unter Tage, wenn es so ist. regnet. Ich geh gleich noch meinen Dungeon. Mach das. Komm nachher auch noch zu dir unter Tage. Kannst du mich denn klar und deutlich verstehen? Ja. Das ist doch schön. Dann hab ich ja was richtig gemacht. Jo. So. Wenn wir hier mal den ganzen. Den ganzen Sandstein einfach rausnehmen. Ich brauch ja eh kein Schwein. So. Wunderbar. Ja. Den nehmen wir hier auch wieder weg. Jo. Boah. Ich. Mit einem Schlag hab ich den Werber Platz gemacht. Wie das denn? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. So. Es gibt so einen Stein hier. Abbaue. Kann ich den aufschütteln? Und den was? Was? Ah. So. Ah ja. Das geht auch. Wie sieht denn ein Stückchen Steinziegel aus? Nö. Stein. 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 Steinziegel. Gemurst. Rüssige. Gemeinwälter. Steinziegel. Reifel. Reifel. Schmale. Ungur. Oha. Fantasievoll. Schöne Platten. Verfallene Steinplatten. Was zu viel des Guten. Giftige? Nee. Modernes. Marfisches V. Ja. Das ist doch gut. Marfis. Machen wir hier den Treppenaufgang nochmal neu. Haben wir sonst ja nichts zu tun. Schönen. So. Da liegt das dann. Wir probieren das hier mal. Wie es ausschaut. Das Marfpfeffer. Das Marfpfeffer. Wie das Ganze so ausschaut. Ich finde das sieht gut aus. Ich finde das sieht gut aus. So machen wir das Ganze hier. Schöne vor das Häuschen hinten bei echt. Mit dem schönen Garten. Eine Menge sauber zu machen. Ich glaube das kann man so lassen. Das gefällt mir. Das hat was. Ich glaube das machen wir weiter so. Der Marfpfeffer. Mauerwerk. Ist das nicht ganz so viel. Egal. Also gleich mit dem Fliesen. So ein bisschen anders. Sache damit machen. Glaube ich. Sieht alles dann viel besser aus. Jetzt machen wir wieder das Marfpfeffer. Marfpfeffer. Und der das Marfisch ist. Wer denkt eigentlich immer diese komischen Begriffe aus. Frage wie immer. Marfpfeffer. Ein schöner Rotton. Da war noch ein Mr. Enderman wieder. Es ist halt nur ein bisschen dunkler. Das heißt dann müssen wir ja zwischendurch auch nochmal so ein Licht. So ein Lichteleinchen einbauen. Und zwar da. Haben wir noch. Oh ich habe noch ein Lichteleinchen. Das ist gut. Der Schmersch wird dann staunen wenn er wieder hier online ist. Ja der wird ja bestimmt Dienstag wieder auftauchen. Jo. Bei dieser sind wir aber nicht da. Ne sind wir in der Stadt. Ich brauche noch ne Kochjacken. Für ein Weihnachtsmarkt. Geben wir noch ein Käppi holen. Ähm. Wie kann ich da auch schüsseln hier ne. Gegen Marfisches. Genau. Gegen Marfisches wird das geschüsselt. Cool. Was steht denn da. Ach cool man. Wo stehst du da. Kann schon mal. Was steht denn da rum. Was. Der schreibt einer. Weißt du die. Wo. Der schreibt. Der schreibt. Der andere irgendwo ist geschrieben hier gerade oder. Hast du das. Ich hab gar nicht. Ich hab gar nicht. Ich hab gar nicht geschrieben. Alle Zeit zu. Hat sich grad nur so angehört. Dass irgendwas geschrieben hat oder sowas. Ich. Schaffen. Nein. Ich wollte auch noch. Mal kochen. Ja. Jetzt kocht sie auch noch in Minecraft ne. Jetzt haben wir doch nicht mal alles so mittelalterlich wie wir es mal haben wollten ne. Aber ist ja egal. Das ist steampunk. Das ist steampunk ne. Ja. Auf jeden Fall. Und in Minecraft sind keine Fantasien gesetzt. Geht. So. 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 So wie kann man ein Schwert noch verstärken. was für ein schwert noch steht verstärkt 1 drauf packen und dann quatsch drauf die höher das schwert wird ich verstehe immer mehr warum schmerz diesen mod so klasse findet den schüssel mod man versteht ihn man versteht ihn voll und ganz so ein paar auswechseln schwer die nachbarn vom schmerz hier schon wieder irgendwo so die halt hier ist noch ein loch zu ja das hat war das sieht klasse aus das gefällt mir hallo kommen das sieht klasse aus supi so dasselbe machen wir jetzt auch noch mal was können das schön aussehen so nochmal auf suche begeben nach unten weißt du das ist wieder geschüttelt werden mafisches werden mafisches ich denke das sieht gut aus ich denke das können wir alles so lassen das regnet mal wieder draußen ist ja interessant so 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 ist alles ein bisschen düsterer aber das ist auch nicht verkehrt das ist nicht so das war mal nicht was heißt das das scheint die will ich haben das ist mir weg 4 stück haben und zwar mit dunkler tafel genau super irgendwo war hier noch ein baufehler drin der war hier noch mal ausmerzen passt so schnell mal ein paar kleine sachen jetzt fertig machen das sieht alles ganz gut aus nein den nicht kann ich ja gleich mal eine probefahrt machen womit er war nach hause kommen sie mit der bahn noch nicht nein aber so weit wie ich komme fahr ich gleich mal hatte das wieder fahren interessant würde er gern noch ein paar schienen setzen dass sie wieder was vormachen kann ich machen die reihe hier auch noch weg geht gleich weiter ja da war zu viel des guten hat dabei die u-bahnstation hier richtig hübsch zu machen muss ja ordentlich geschüttelt seine schmerz aussieht dass das hier alles ordentlich ist und schlube muss auch noch gemütlicher werden na klar auch noch nicht dass vom ei so ich sag mal das können wir so durchgehen lassen dass sie gut aber noch mal das gebäude bauen dann passt das ich bin gewesen dachte ich schon wieder was gewonnen die klasse aus so stein segel draus machen so dann komme ich jetzt erstmal mal wieder nach hause würde ich sagen selbst davon ja und ich tauche erst mal ab in dann machen wir da ein bisschen gemeinschaft dann steigt fast fertig krümen klasse so warum steht gerade die hand ein